Was ist das für dich? Man kann so viel Neues entdecken. Ich kann mir so viele Sachen im Alltag erklären. Wieso ist das so? Es ist einfach mega interessant, diese Sachen zu wissen. Man ist sinnvoll zu arbeiten. Das tut jeder Schreiner gerne. Es macht einfach Freude, wenn man es manchmal machen kann. Also 1 zu 1 Betreuung. Man hat sehr viel Kommunikation. Man hat sehr viel Fachwissen. Man hat viele gute Weiterbildungen, die man nach der Lehre gemacht hat. Dass es nicht jeder Tag gleich ist. Dass es einmal mehr läuft und einmal weniger.